Ein Freistoß in PES 2015 sicher zu verwandeln, ist besonders für Einsteiger nicht gerade einfach. Es kommt auf die richtige Dosierung, die Entfernung und natürlich auch auf den Schützen an. Habt ihr einen Freistoß in einer vielversprechenden Situation, solltet ihr es mit einem direkten Schuss auf den Kasten versuchen. Die ideale Entfernung befindet sich genau in diesem markierten Bereich. Sucht euch jetzt unter Schützen wählen einen geeigneten Freistoßspezialisten aus. Im darauf folgenden Menü seht ihr, welchen Wert der Spieler besitzt und ob er ein Rechts- oder Linksfuß ist. Steht ihr beispielsweise auf der linken Seite, ist ein Rechtsfuß sinnvoll. Rechts solltet ihr lieber einen linksfüßigen Spieler einsetzen. Steht der passende Spieler parat, positioniert die Kamera mit dem rechten Stick so, dass der Ball und die Hilfslinie mittig zwischen den beiden linken Spielern liegt. Dosiert eure Schussstärke mit X auf der Xbox und Quadrat auf der Playstation dann so, dass der Balken bis zur Mitte gefüllt ist. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Haltet ihr den Button zu lange gedrückt, knallt der Ball an die Latte. Wenn ihr jedoch alles richtig gemacht habt, sind diese Richtlinien eine gute Grundlage für ein schönes Freistoßtor. Bis zum nächsten Mal.